Hallo, ich bin gerade dabei meinen Urlaub zu planen und was auf gar keinen Fall fehlen darf, das ist mein iPad. Denn mit LiveTV kann ich mit meinem iPad vom Pool aus ganz bequem mein deutsches Programm mir angucken. Nur manchmal klappt es im Ausland mit dem Streaming deutscher Inhalte nicht ganz so gut. Deshalb gibt es jetzt eine App, die es ermöglicht, dass man auf deutsche Inhalte im Ausland zugreifen kann. Diese App nennt sich VPN Tracker World Connect und wie ich damit auf meinem iPhone, auf meinem iPad oder auf meinem MacBook ganz bequem auf deutsches Programm zugreifen kann mit LiveTV, das zeige ich euch jetzt. Der erste Schritt ist sehr einfach, ich gehe einfach in den App Store hinein und tippe oben World Connect ein, gehe dann auf Suchen und schon an der ersten Stelle sehe ich hier den VPN Tracker World Connect. Den lade ich mir einfach mal runter. Geht auch sehr schnell. Und wenn ich ihn dann habe, dann tippe ich einfach auf Öffnen und schon ist er da. Jetzt kann ich noch entscheiden, ob ich Mitteilungen bekommen will oder nicht. Und auf der linken Seite sehe ich all die Länder, deren IP-Adresse ich jetzt annehmen kann. Ich entscheide mich aber für Deutschland, weil ich eben auf deutsche Inhalte zugreifen will. Und das Ganze bestätige ich dann nochmal in meinen Einstellungen. So, und jetzt habe ich eben eine deutsche IP-Adresse und baue damit eben eine Verbindung auf. Und jetzt kann ich auch gleich mal schauen, ob das Ganze auch klappt, dass ich eben via LiveTV auf deutsche Inhalte jetzt zugreifen kann. Ich tippe auf LiveTV und gleich werden wir sehen, ob ich mein deutsches Programm im Ausland empfangen kann. Und das klappt auch ganz wunderbar. Jetzt kann ich hier nämlich im Ausland die Tagesschau streamen. Aber nicht nur das, ich kann auch eben auf andere Sender zugreifen. Schauen wir mal, was im Kika los ist. Ja, so einfach funktioniert es. Und so schnell kann ich eben vom Pool aus meine deutschen Serien oder mein deutsches Programm empfangen. Ganz egal, wo ich bin, die Welt wird einfach wieder ein Stückchen kleiner mit VPN-Tracker World Connect. Dann wünsche ich noch einen guten Aufenthalt, wo immer ihr auch seid und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.